Hohes Potenzial und hohe Kosten. So wurde Offshore-Wind bisher im Rahmen des Gesamtenergie-Mixes bewertet. Doch die Anlagen auf See holen auf. Die werden schneller wettbewerbsfähig, als die meisten Experten es vorausgesagt haben. Offshore-Wind spielt eine ganz wichtige und wird auch eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Denn es ist die einzige in erneuerbaren Energieform, die auch stetig produzieren kann durch die starken und kontinuierlichen Winde auf hoher See. Das sieht auch die Bundesregierung so, denn sie plant das Fünffache der Produktion von Offshore-Wind-Energie im Jahr 2030 im Vergleich zu heute. Auch international ist Offshore-Wind ein großes Thema in ganz Europa, in den USA, in China und vielen weiteren anderen Ländern. Allerdings ist heute noch ein Kostenproblem zu besichtigen. Typischerweise sind die Gestehungskosten für Offshore-Wind bei ca. 180 Euro pro Megawattstunde. Und das ist viel zu teuer im Vergleich zu anderen Energieformen. Weil es deutlich schneller wettbewerbsfähiger wird, als viele Experten erwartet haben. Im letzten Jahr ist ein Druck durch die Branche gegangen. Zum ersten Mal wurden Offshore-Wind-Stromkosten von weniger als 100 Euro pro Megawattstunde erreicht. Beim Projekt Borsele in Niederlanden mit sage und schreibe 87 Euro pro Megawattstunde. Seitdem sind sogar weitere Projekte noch zu tieferen Preisen angeboten worden. Das zeigt, die Lernkurveneffekte werden realisiert und technologische Innovationen kommen schneller als erwartet. Das werden vielseitige Konsequenzen sein für alle Spieler in der Industrie. Die Generalunternehmer, zum Beispiel die sogenannten EPCs, da warten wir eine Konsolidierungswelle, weil die wollen größere und kontinuierliche Pipelines haben. Hersteller von Turbinen oder Komponenten werden größere Anlagen bauen wollen, müssen aber vor allem auch mehr in Standardisierung und Richtung Supply Chain Management machen. Und last but not least, Unternehmen, die sich im Bereich Installation oder Transport, Logistik tummeln, da wagt man eine höhere Spezialisierung, um die Kosten einfach runterzukriegen und bewährte Erfahrungen aus dem Offshore-Gasgeschäft auch auf das Offshore-Windgeschäft zu übertragen.